gibt es alternativen warum reden alle immer von diesen komischen wärmepumpen können wir irgendwie anders heizen und da gibt es jetzt hier den grünen wasserstoff ja ich kann aus einer kilowattstunde strom windrad kann ich wasserstoff machen wasserstoff wieder zur wärme aber dann kriege ich so grob 0,4 kilowattstunden wärme plus minus irgendwas und bei der wärmepumpe kriege ich eben aus einer kilowattstunde strom ungefähr vom windrad zum wohnzimmer drei kilowatt stunde wärme also egal wie die zahlen exakt sind aber es geht hier um eine dimension mehr ungefähr also eine schöne alternative wäre tiefengeothermie da kriege ich aus der kilowattstunde ganz grob 30 kilowattstunden plus minus irgendwas raus also viel viel mehr aber teuer und nicht in ganz deutschland verfügbar das heißt also ich das ist das sind zwei gute möglichkeiten ich vermute grüner wasserstoff wird einfach sehr teuer sein also eurozeichen hier macht dann keiner freiwillig wenn es viel billiger kriegt und das ist deswegen das macht diese wärmepumpe ebenso spannend im moment